In diesem Video geht es um die besten Rasensamen. Der Qualitätssieger in unserem Rasensamentest geht an den Agrar Berlin. Berliner Tiergarten ist eine pflegeleichte und trockenheitsresistente Mischung für nahezu alle Lagen. Diese Mischung wächst schnell an und sorgt für eine rasche Begrünung ihrer neu angelegten Rasenfläche oder dient zur Nachsat einer bereits angelegten Fläche. Die Rasensamenmischung Berliner Tiergarten besitzt Samen des deutschen Weidelgrases. Deutsches Weidelgras zeichnet sich durch die Entwicklung einer dichten, feinen Narbe und der geringen Wuchshöhe aus. Das Gras entwickelt sich anfangs sehr schnell und führt zu einer schnellen Begrünung neu angelegter Flächen. Das deutsche Weidelgras ist robust und trittfest und besitzt eine hohe Trockenresistenz. Des Weiteren enthält Berliner Tiergarten Rotschwingel. Auch Rotschwingel hat eine gute Anfangsentwicklung. Das Gras ist konkurrenzfähig, unkrautverdrängend und trockenheitsresistent. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Saatzucht Rasensamen. Rasensamen für den Hausgarten und öffentliches Grün geeignet. Die Sport- und Spielrasenmischung ist ein pflegeleichter und strapazierfähiger Rasen für Sport- und Spielflächen. Der SB Sport- und Spielrasen ist geeignet für Golfanlagen, Anlagen, Spielplätze, Parks und Sportplätze. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Rasensamen-Test ist der Weddelholzer Rasensamen. Ausgezeichnet mit der Note 1,4 für Rasensamen. Ideal für wasserärmere Monate. Die Grassamen sind dürreresistent und sichern auch in niederschlagsarmen Zeiten eine erfolgreiche Keimung. Samen eignen sich zur ersten Rasensaat und gezielten Rasennachsaat. Der Rasensamen sind überwiegend schnell keimend. So garantiert das Saatgut ein rasches Wachstum der Halme und grünes Gras. Kinder oder Haustiere können den Garten schon kurz nach der Aussaat wieder betreten. Die Samen eignen sich ebenfalls als Nachsaat für kahle Stellen im Garten. Bei großen Flecken mit Rasenwalze festigen oder regelmäßig mit Rasenlüfter behandeln. Mit 1 kg Rasensamen können auf 35 bis 40 m² des Gartens gesät werden. Auch für Trockenrasen und Schattenrasen bedingt durch Bäume oder andere Objekte nutzbar. Bei der Neuanlage mit vielen Rasenerde-Marken kompatibel. Dieser Rasensamen kommt mit Meerroboter gut zurecht und der Rasen profitiert langfristig von hinterlassenem Schnittgut als Düngerersatz. Zudem ideal für das Aussehen im Streuwagen von Wolfgarten oder Gardena. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.